Ich bin gerade beim Champions League, Achtelfinal-Rückspiel, Bayern München gegen Lazio Rom. Ich habe wieder gerade von Adidas gekommen, also an der Stelle Kuss an Adidas. Harry Kane macht zwei Tore, ich glaube, wir bekommen trotzdem eins und Luziala, also drei Einserlohn. Was sagst du? Ich sage Lazio, zwei Tore, beide Immobile und eins Harry Kane. Also zwei Eins Lazio. Bist du Lazio-Fan? Nee. Was machst du, gell? Ey, wie heißt du auf dem Weg? Jan Wehner. Ich nehme 4-1 für der SV Bayern. Wer macht die Tore? Der Musiala, den Stehen und der Till. Ja, guter Tipp. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spurjahrt. Ich wollte in die Lounge hochgehen, erst mal kurz das Sneak Pickup machen, was einfach nur das Beste ist. Ich glaube, da unten ist dann safe. Heute muss es Choreo. Mann, Digga. Das ist jedes Mal, es reicht, es ist wirklich geil, das ist so schniegeln. Schniegeln, was sagst du? War geil, Digga. Bisschen Steak, Bohnen, Reis und ich glaube Couscous Salat oder so. Ja, da kommt jetzt noch ein bisschen Choreo, paar Flaggen und so. Ich hätte kurz gedacht, das ist es. Aber da noch ein bisschen rot-weiße Flaggen, sieht geil aus dann. Ah, geil, Junge. Geile Choreo, geile Choreo. Ja, Digga, Italiener, Klassiker. Bei Milan war jeder Art Zug, die Scherz ist noch gezogen, nur die Italiener vorgezogen. Das ist wieder das einzige. War aber echt sehr, sehr geil im Podium. Also scheiße, ich kenne sie auch. Jetzt auch wirklich. Ich habe mit Hüttembergern in Japan jeden Tag geschnitten. Kein Angst für Bayern. Kein Angst. 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 Irgendein Italiener muss meine Kommentaren für mich übersetzen. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ja, der hat sein Erdlust gelungen. Was war das jetzt? Ich habe recht den U-Belohnen. U-Belohnen. Ja! 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 Das ist unheimlich, einfach mal Eisner anziehen. Ja! 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 In der neununddreißigsten Spielminute. Du hundst Nummer neun, Harry! 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 Dein! Harry! Harry! Oh my god! Der wäre auch zu viel gewesen. Nach zwei Minuten, nach zwei Minuten vor dem Spiel. Dann hätte ich mich gewesen. Das ist Titsi. Ich bin schon mal aus dem Spiel. Oh my god! Oh my god! Das ist so karmut für alle, die jetzt über zwei Minuten reingegangen sind. So toll, ich denke es schon mal aus. Für den Öztsee Bayern München. Und Ihr habt es gesehen, Wir haben das auch dran. Torsitzende, unsere Nummer 25, Thomas. Rüeha! 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 Du Stattel! Rüeha! Das ist der Klassiker. Ich war ja gerade noch bestimmt, das ist karmel, wenn die Leute das gut vorgepassen und die früheren Herbstherrchen. Und jetzt einfach, wenn du von unten in die Lounge hoch gehst, du schaffst es nicht, zeitlich los zu sein. Es ist unmöglich, du triffst nur ein Glas Wasser, ich werde dir gehst wieder runter, es ist ein schöner Abend. Ich habe dir gerade schon zu dir, die Arme noch gesagt, mit meinem Glück, wir fahren jetzt in der Zeit, bis ich umbrüttel, zwei Tore. Zwei Tore ist übertrieben, aber so eine Bulette kann immer fallen. Das heißt noch Kawa. Das ist ja ganz, ganz Kawa. Schnell, schnell, schnell. Danke, danke, danke. Jawohl, nichts verpassen, trotzdem was drin kommen. Einfach alles leer noch. Tschüss noch mal. Herz hier oben! Danke! Und diese vier Minuten freuen wir uns, dass er wieder da ist. Respekt, wie schön! Unsere Nummer 7, Serge Ali! Also wenn mich nicht alles täuscht, war das direkt vor uns die Freunde von Goretzka. Also ist eigentlich eh egal, ob du nur mit dir Bescheid wirst. Und ich sitze jetzt gerade im Auto, schneide hier schon den Vlog, damit der für euch ziemlich zügig online kommt. Und ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen. War auf jeden Fall wieder ein geiles Erlebnis. An der Stelle nochmal ein dickes, dickes Dankeschön und all das Kuss für die Einladung. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao! So! So!